Ich bin der Filius Delacroix und habe irgendwann Autodidakt begonnen, das zu tun, was ich am liebsten machen will. Und das ist Kunst. In einer wahnsinnig besoffenen Nacht habe ich beim Scheißen die Idee gehabt, statt mit Bleistift mit dem Messer auf Papier zu zeichnen. Und jetzt habe ich gerade eine Phase, wo ich weißes Papier gerade einmal für einige Zeit nicht sehen kann. Und jetzt male ich in Öl. Das wird man in der nächsten Zeit dann einmal sehen. Also mir geht es da jetzt nicht darum, dass da jetzt hinten ein Stitch draufsteht, sondern dass das einfach ein regional nachhaltig produziertes Kleidungsstück ist. Also ich habe jetzt die Stangen-Jean genommen, weil ich diese Zusatz-Goodies, die sie anbieten, nicht brauche. Das ist einfach, glaube ich, die klassische, mal geschnittene Jean, so wie man es sich vorstellt, und wie ein Jean auch sein soll, weil Jean ist eigentlich eine Arbeitshose.